Eine Autofahrt, die ist lustig, eine Autofahrt, die ist schön. Der wird meinen zwei Schneggis hier. Hallo. Frau. Könntest du jetzt gerade keine Kloschka? Ich sehe dein Strumpfband da hinten. Kannst du mal ein bisschen die Beine zusammen machen? Das lenkt mich ab beim Autofahren. Da halt ein Tintere. Alter, Finne, ey. Weiter geht's. Wir könnten mal ein neues Auto leisten eigentlich, ne? Ja. Die Schrubbkarriere. Wer guckt auf die Karte? Kevin. Mach ich schon. Ja, der ist der Beifahrer. Gibt auch gute XP, wenn ich hier oben ballerst, ne? Ah, ich sehe nichts. Warte mal. Weg damit. Wie in der Fahrschule, wenn ich sag's geradeaus, ne? Ja. Warte mal. Das war aber nicht geradeaus, was du da machst. Doch, das war geradeaus. Folgen Sie den Straßenverlauf mitten quer. Ich fahr ein bisschen rückwärts. So, zack. Halt, jetzt genau. Konnt ist gekonnt, wa? Nein. Waz. Waz. Draußenverlauf fallen, gell? Wede ich mich irgendwo abbiegen. Wie viel da 200 Meter sind, ha? Wohl lang? Da links nach unten, oder? Links. Links, runter. Was er es für ein Stress macht hier, ne? Ja. Genau, ich schmitz Katze und dann kommt nix. Äh, ich glaube, wir müssen da stehen bleiben und rechts, oder? Nein, nein, geht noch. Echt? Okay. Oh, ich die hier. Fuck. Fuck. So, nächste rechts. Okay. Dann müssen wir stehen bleiben. Ach so. Okay. Schau mal. Nein, warte, da kannst du auch weiter vier fahren. Echt? Ja, warte mal, ich mach hier mal so ein bisschen Aufräumaktion. Guck mal, er hier. Also hier, ne? Wahrscheinlich. Genau. Okay. Hallo, Jungs. Los. Weiterfahren. Los, Stefan. Warte. Ach so, weiterfahren? Ja. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ach so, da. Lol. Okay. Komm rein, Gustav. So. Bist drin? Ich sitz in der Mitte. Nee, ich geh nach rechts. Und jetzt holt es genau da. Boah, die Lenkung ist für'n Arsch. Warte, ich sitz gar nichts, was ist hier? So, jetzt können wir rausgehen. Kannst du mal unsere Karin oder was vom Browser? Komm, Jungs. Warte, hier. Kritisch. Schnauze. Immer der, der am meisten brüllt. Wie früher in der Schule. Ja. Der hat den Kevin rumgeworfen. Bist du gerade gestorben? Ja. Ja. Wir müssen da lang. Hier. Ja. Tolle, wir wollen im Auto fahren. Hört mal, ja. Boots. Brennende Pfeile, rechtschaffen. Boah, der hat mich voll umgestummt hier. Der hat voll den Bolzen. Bleib liegen. Ist besser für dich. Am besten finde ich einmal draufhocken und dann BAM. Töte alle Monster. Beuriger Ausverkauf. Töte alle Monster. Alle gut. Das muss ich Waffen reparieren. Ja, das ist eine gute Idee. Du, du musst dir mal den Arsch da wegmachen, ey. Ey, lass meinen kleinen schnuckeligen Hintern in Ruhe, ja. Bei der Verlaut der Waffen reparieren habe ich nie gehört, dass ich was modifiziere oder ausbaule. Ähm. Gut, das wäre schon jetzt. Ne, oh, schade. Schwerer, schwerfälliger, schwerer Hammer. Oh, guck mal, hier ist auch noch einer. Warum dauert das so lange hier bei dem? Warum spricht der Französisch? Er hat doch einen Pied. Ah, hier ist noch einer. Guck mal, da. Achtung, und? Boots. Hahahaha. War jetzt aber schon brutal. Hilft dir, oder? Hallo? Ah, freindlich so. Ah, du redest über den. Ich habe ein gutes Business, um zu fahren. Na, Business. Wollen wir ihren Sprudel bringen? Äh, ja, ist eh die Hauptquest, oder? Nein, ist eine Nebenquest. Ach so. Aber es ist ein Händler dann. Ah, na gut, dann hau rein. Dann haben wir hier mal einen. Ich will auch einen Schrotflinte. Äh, was? Aber nur die eine. Fühle den Bezinkanister, da. Hab einen. Wohin damit jetzt? Ach so, fühle den Bezinkanister. Ja, kommis. Ach, da unten ist das Ding, eine Tankstelle, ne? Oder sowas. Genau. Mei Gott, der wiegt ja auch hier 5 Tonnen, ey, das Ding. Ach, die müssen wir hinten reinstellen, ne? Ach, die Quist. Ja, okay. Bist du der Chef, Zombie? Bitte, danke. Gut. Was, die ist das? Einer ist drin, ja. Last. Ja, dann fahren wir mal zu der Tanker, weil der gibt es eben hier. Suche die Mission Santa Maria, bla bla bla. Ach so, warte, haha, ich will mit. Gut. Einer, die ist aber schon weit weg. Vorwärts. Wo ist denn das? Genau in der Rücken. Da. Ach, Fühle den Bezinkanister, da ist doch einer. Hier, direkt links jetzt. So, sie geht nicht. Ja, genau hier. Da rein. Okay. Und raus. Ach, da ist der Gas Station. Okay, rei mal mal kurz auf. Ja, mach mal da, äh. Schnauze. Oh, 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 oh. Wer hat auf den Bezinkanister geschossen? Oh, danke. Keine Ahnung, wenn wir mal heulen. Das hat ausgesehen, das ist uns weh getan. Rede mit Brian. Hallo? Will mit dir reden? Ich will mit dir reden! Hä? Achso! Aua! 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 Tot! Ich lieg direkt neben dir! Jaaa, gar nicht gut, gar nicht gut! Aaaaah, fuck! Jetzt! Merke! Stromkabel auf dem Boden nicht gut! Hier! Das tu ich nicht mal heilen! Hier ist ne Reparaturstation! Das ist gut! Die Waffen verliehen schon, schnell in Haltbarkeit! Ja, voll! War hier eingesch... Ah, hier! Was ist er dabei an? Körperschmerz-Mord! Was? Ja! The Pain! Hast du einen Mord gefunden oder was? Naja, da hinten an den Fässern da, liegt da! Ja, genau! Brauchen wir jetzt noch hier irgendwas? Ne, deswegen sind wir fertig, ne? Wir müssen nur mit Brian reden, oder? Naja, wollen wir mal im Schlager? Fülle den Benzin-Kanister, da ist es doch! Hier! Warte! 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 Da müssen wir... Wo ist denn der jetzt? Im Auto ist drin drin? Ja! Da ist ne Kiste übrigens! Ich will mal da rein! Ich will mal da rein! So! So! Das Ding befüllen? Ja, mach mal! Nachher können wir da schneller reinschauen! Looks like I have to go to Marix Marina! Ja! Bestimmt, wir rufen mit Brian! Super! Such nach einer weiteren Benzin-Lieferanten! Na toll! Okay, wir können weiter fahren! Komm schon! Da kann man auch rein! Da ist was drin, ja? Ja! Oh! Warte mal rein! Ja sicher! Da ist sicher irgendwie ein Boss oder so ein Scheiß, irgend so was fettes ist! Also rein tot! Ja! Das wäre typisch wir! Ja! Aber nicht einer, sondern alle gleichzeitig! Deswegen gucken uns die Leute auch gern! Ja! Weil wir ja so crazy sind! Sexy Motherfucker! Okay, das macht sich schon mal nicht gut an! Ja! Ja! Ach ja, das ist so ne... Ja! 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 Bleib liegen! Er spricht ja auch schon nicht! Ich siege James Killer Nasirer! Säuber die Toaster und töte den Boss! Jep! Ah! Hallo! Alter! Hier geht's ab! Okay, ich muss mich verteilen! Okay, warte, warte! Ah! Oh! 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 Ich muss es dahinter stehen, damit du den heilen kannst! Wie hieß es? ущaker NAE CHA 100 Das Spiel lebt eigentlich nicht gut. Du brauchst da mehr. Ja, die du. Aber dann übergibt sich der immer durch das Gift. Kaputt. Legen bleiben. Hat der Bauch was getroppt? Äh, nö. Und blauen Stecker. Was? Echt das? Ich hab gar nichts gekriegt. Hier, Einbrecher Stufe 2. Kevin? Bitte? Einbrecher Stufe 2. Hier. Ja gut, das war's schon wieder, ne? Ich muss mal ganz kurz warten, ganz schnell. Optionen, Gamma. Oh, Batterie. Wir können jetzt noch hier raus. Ich glaub, da kriegen wir die, äh... Ja, mach mal. Ups. Ups. Was hab ich noch nie hingekriegt? Oh, 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 oh. Ach, super. Bleibst du da weg? Schnitzel, Schnitzel. Gott, hier ist sauber. Ihr auch. Hast du mal aufgeräumt? Ja, mir ist meine Klinge aus der Hand gefallen und plötzlich waren alle tot. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Also das Gift, das ist echt effektiv. Ich hab nicht gewusst, wie das geht. Das muss ich auch sagen, weil die kotzen dann ständig und durch das sind's gestunnt. Das finde ich schon cool. Ja, nein, der war noch mal... Ah, der... Was denn? Also das war jetzt eine Nebenmission, also das war ja nicht die Hauptfest. Ja, das war noch so klar. So alt Insel. Ne kleine In-S-S-M-A-Z-Ö-N. Ne Info-M-A-Z-Ö-N. Ne Info-M-A-Z-Ö-N. und nicht von der wäre dann schade ich mir so nicht immer so reden das war lustig bei der inventur ja warte ich bin hier gerade noch beschäftigt den stück von der will ja da ist gerade vom himmel können ich habe mich gerade ausgehört warte 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 ok jetzt komme ich verlos achtung felsen ja genau wir müssen keine ahnung camp weg waren kiwi bla blub wo sind das ist was ich mir sagst wo hin müssen ja ja ich gucke gerade selbst wir brauchen jetzt irgend so eine auto eigentlich nur da hinten steht suche nach der mission santa maria oder ja das ist die hauptmission wir müssen wir müssen aber jetzt warte die nebenquests tuten so bank suchen nach einem anderen beziehen kanister bla missionen warte mal wo ist man ich ich kann gerade ja ich gucke ich gucke ich gucke ich ich sieg nix ja ich auch nicht ich bin da schon ne das ist ein boote werkstatt werkbank mit der spice hütte werkbankboot öllager suchen nach einem anderen benzinlieferanten ja da sind wir doch gerade weggefahren doch so schau wo ich gerade gebe siehst du das wo da blau ist wo doch warte ich bin ja der blau ist privat den sechst du nicht das ist ein wegpunkt warte musst du jetzt gerade weiter genau vor der straßen entlang auch wirkt abliefern hier da oben ok immer gerade zu ja genau und dann bei der kurve fast heute eher rechts und fast rechts gerade weiter und da sind wir genau so rechts siehst du es da vorne naja da sind wir genau alles klar und raus ach stimmt da war ja auch so ein benzingedöns ja 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 aber ich will nichts sagen aber hat irgendwer von echt datman ich den vermisst damit genommen echt der steht doch im auto echt dann bin ich blind nein echt jetzt das ist das falsche auto fail ich fahr schnell zurück ich holen oh mein gott das war wieder jetzt live das war jetzt wieder live das war jetzt irgendwie ekelhaft ja guck mal hier wegen so einer scheiß blume jetzt geht er dann vorbei jetzt muss ich gucken wo ich lang fahren muss kevin kommen zu mir links rum und dann geradeaus ich habe keine ahnung ob ich das überlebt warum fährst du auch alleine weil ich es kann die händler kisten ich mich einfach ein paar zauber müssen jeder das passt schon wo waren das jetzt hier oben irgendwo ja weg da weg da weg da abhauen tschüss oh das wird knapp glaube ich ja kriegen wir hin kriegen wir alles hin schnauze meine fresse ey ahja der kanister steht noch hier ähm ja da steht er gut nimm du mit wegpunkt zurück machen zu euch auch so schnell dass sie konnten gut ja die sind so fahr jetzt i'm on my way und ich glaube er stirbt bald ich habe nur noch einen ein ane oder doch o1 so wo ist der kanister ein klassiker ich hab da mal so ein ganister mitgebracht okay ich habe gedacht den bräuchten wir mal das ist eigentlich also wenn ich so drüber nachdenke ist die idee von gar nicht so blöd ja kannst du den kleinen dicken boom der auch einfach so flaschen hinwirft man dieses komische lustige ding macht hand rechts und und andere hand über stirn ach so ja ja genau dasselbe hätte wäre ich gerade super gewesen ok dann ist der fall jetzt können wir auch wieder zurückfahren jetzt ist das ding schwer das ist so übel was ist mit euch wo müssen wir jetzt hin wieder ganz zurück ist der schwer ich muss das mal wieder so rein wuchten achtung wie du immer rumpinst jetzt fährt jemand anders alter ich muss mich jetzt hinten hinlegen hört das war voll schnell gestiegen ja jetzt machen wir einfach gar keinen erforderung wir machen wir bleiben einfach drin und klatschen unseren namen ich kann nur meinen namen singen mehr nicht klatschen kann ich nicht das habe ich nicht gelernt ich bin nämlich bei der dritten klasse links rum ja ich sag das man sind fastballer die raus ich will nicht stressen aber hier sind jetzt homies ja lust auf den faustkampf du wechser oma lass den zivi seine arbeit machen ich finde das super kennst du nicht wo du den schritt die oma so ja komm herr du kleiner bastard gibt es ein ein paar aufs maul und dann der bohr so oma lass den zivi seine arbeit machen das ist ja geil herrlich wo siehst du den kanister bis zu beschleppen oder ich war meine schlanke frau boah ich hab 24000 dollar kann auch wo der herkommt alter ich hab 35.000 ich steig hier aus und wird so gefährlich mit dem ja er hat zwei wo muss denn der kanister ist der schwer oder du bist so ein hüpfchen gibt es ja gibt es ja keine sterfe durch die stiehe das ist so schwer und die sind so rostig und klitschig ja warte halt gut ich kann da nicht drüber hüpfen ja dann schmeiß rüber ja gott den scheiß selbst voll die fresse bamm voll die fresse da hast du deinen scheiß ja aber mach ja nicht die tür weiter aus sonst kommt man ja rein hey geht denn mit PR ja und jetzt zu machen du feige schwein komm her traue ich mal auf die gucke ähm warst du das jetzt schon? ja so viel zu verkaufen ne ja wer schippt mir denn seid ihr völlig herze aufzudrängen hallo seid ihr völlig was ist denn das man 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 so rüberieren rüberieren was habe ich denn jetzt diese scheiß fackel hier in der hand suche nach stoff um zu verstopfen von irgendeinem zu verstopfen suche nach stoff um zu verstopfen warte 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 der hat uns verarscht volle möhre ach du ach du hast benötigt stufe 70 was hier ja hier ich hab hier so ein strafendes messer ich hab hier so ein strafendes messer ist das zuviel weißt von dem typen zur lüftung ja da steht stoff äh was verstopfe die lüftung ah 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 du kleiner wichser dich hol mal raus ihr spaßt äh ihr spaßt ja ja gutes deutsch der hat uns verarscht der kleine sack gesicht penner na komm raus komm komm du bist gar nicht du bist gar nicht du bist gar nicht es ist die mafia mach uns die türen auf bitte 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 komm raus du pimmel hat da irgendwer stoff da hinten ist irgendwas so ich hab nur spaß gemacht sagt er du bist gar nicht du bist gar nicht du bist gar nicht der erste schwarze der hier stirbt guck mich gefällig ist einfach wie der red ist guckte mich nicht mehr an ne okay 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 du bekommst die reguläre preis schau dir ich räum dir gleich mein Stachel so in den Arsch ja boah 10.000 wie will ja es gibt da noch so eine klumpe exotische Waffen exotische Waffen ähm ein Revoiver den wir immer so verdrehen da kommen welche da unten ne ja das ist normal zerstörerisch schottischer langweil in deutsch ui du kostet ja nur 5.000 das ist ja ein Schnäppchen dann nehm ich mal Fleischköder molly du musst eh investieren mit Geld lieber in ganz lustige Sachen wie Erste Hilfe Sachen ja ich nehm auch mal so ein paar was haben wir hier noch Feuerzeug oh nehm wir auch mit wie alle Anzahl wie viel hat denn der hier Telefon nehm wir auch mit Kleber nimm es auch mit Kleber nimm auch mal mit Seife auch mal ganz ein bisschen wie Ing wis gerade wo junior die ganzen sowieso von mir keine Ahnung chaientes habe ich alle gekauft haha Gas naja klar weil der hier hat dann ja drin die mucke an Stimmt, ich hab dir mal einen Arsch gerettet da. Hey, warum kann ich die gerade nicht? Ah eben. Boots, weg bist du. Wer hat da bitte diese Fackeln geschmissen? Ich nicht. Du warst zu hundertbrot. Nein. Hutz. Macht einmal das scheiß Radio aus ey, da kommen alles mehr. Ja. Dann gehst du mit Danny. Die kommen alle hier auch. Ja dann egal, fahr mal weiter. Bam. Siehst du ja nicht. 37.000. Hallo. Wir werden jetzt ja nicht da nach rechts. Was? Warte, mein Fackel hat 12.000 Schaden gemacht. Mit der Fackel? Laber nicht. Ah hier, hier ist Suchmission Santa, da müssen wir erst hin. Dann haben wir auch mal die Augengräste. Warte, mein Fisch. Ja, wir müssen hinter, also hier wieder runter rückwärts ne? Oder soll man hinlatschen? Ja, dann latschen wir hier wieder. Ja gut, dann gehen wir hier rüber. Da ist irgendwo so ein Weg. Wo ist denn der? Hier oben oder was? Ja. Ja. Da kommen wir nicht lang. Achtermal, ich muss noch mal kurz reparieren. Dann groffiere rechts. Ja gut, dann können wir auch das Auto mitnehmen. Herz irgendwas. Z Digga, sun god. Du hast ihn vergessen... Er kommt. Äh! Einmal ums Auto rennen! Hahaha! Ja wenn der andere rennt,我就nut rutscht! Gut. Hier ne? hier weiter weiter jetzt machen den stress nein das sieht gefährlich aus, da stecke ich doch nicht raus, seht ihr blöd also der ist schon tot bleib mal stehen clever, ich muss mal schauen, von hinten gehts auch nicht, bleib mal stehen das sind Menschen zum handeln einladen wie mir ist es damit gegangen vielleicht weil mein Leben soweit unten war deadzone kann sein meine freunde tot tot oder wie es den rumwirbeln das möchte ich dir zeigen, du Kofferkind dickes das gibt es echt effektiv, der kotzt dir die Seele aus dem Leib, während der schlägt wird das Problem ist nur, wenn du zu nah dran kommst, wirst du auch infiziert also, ne kriegst auch Kotze ab nein, ich mag Kotze nicht das geht doch scheiße aus müssen wir hier überhaupt lang wir hätten auch mit dem Auto fahren können ne, hätten wir gar nicht doch, das musst du nur wollen ja, ist schon wieder so ein ha was das dir eingesteckt hat der Lappen ein Lappen schau wie er sich angekotzt du musst nur hinter ihm stehen ist ganz super ey, was ist mit dir, oder? äh, zurück, hier lang wir dürfen nicht so viel rennen wir dürfen nicht so viel rennen ey ja, wir sind das beim gegen das Chaos-Dormeer ja, das ist ja das Problem so, jetzt sind wir da ach, ich entsinne mich kann es sein, dass das hier gleich mächtig übel wird ja, 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 guck dir's an ach du scheiße ja, super okay, er lächelt mir irgendwie durch ja, hier irgendwas Großes ja, jede Menge hier da, ist doch ein aua, 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 aua schlägt's ihm seinen Arsch auf oh, der hat ne blaue ich hab keine Energie mehr guck mal, hier haben wir so'n bum bum schieß da einer drauf, mal bitte auf das rote da schieß schieß uh das hat schon wehgetan boah, Munition geilo was haben wir hier alles jede Menge Muni ja, du hast die ganze Muni mit du Sack ja, kannst du ja haben später hier wurde zweiter Bestrain gefunden echt, wo? ich brauche immer eine oder in der Küsten ansonsten, warte mal hier können wir sogar Blitzreise hinter super ich glaube, wir füllen da unten in eine Gruft wir müssen hier runter ach ach ich werde nur kurz mal klingen ja ja ach ja, geht weiter du 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 komm mal Wayne Gott dammit der webmarmt Jesus, das war nah du gut? gut 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 trevor raus lange Ding was da hinten rauspuppelt voll gell ach wir haben das ganze Lager jetzt hierher verlagert ja die neue Base ja da dann mal schau mal was die schau mal die Negere nach was die für eine Knarre hat die wär sowas oh da oben ist die schwere Geschütze ich habe das gesehen mhm ja gut jetzt sind wir alle hier ja ja, pass auf ich will mal gucken was bist du? schwere Waffen was hat der so gar nix quest pump up the volume ist das nächste rede mit Trevor oh neues upgrade oh ich sehe es hagels wieder gerade hier was haben wir hier nachkaufsschaden kritische treffer erhöht brrr brrr trainingsbonus cashstrafe alter Wurfwaffen sind immer so legendär und so ich würde gern mehr Ausdauer haben Schlösser knacken trainingsbonus cashstrafe Reparaturkosten grün ist der hier vorne zum Schrand Trevor ist hier genau find der raus hoppla handeln uhr ey die Wurfwaffen ne ja Stufe 63 ey da haben wir noch einiges vor uns du mhm etwas zuverlässiger Morgenstern der kann weg der ist grün gefährlicher Morgenstern kann auch weg werde das Wasser los übungsmache die kann auch weg schottischer Langdolch ah die kann ich mit der mein Equip muaah jetzt muss ich noch kurz in die Werkbank ähm bitte die Zäune nicht nehmen weil dann kommt so eine scheiß Zombiewelle ich weiß das komm lass es lieber jetzt äh Uppgrat den nehm ich mal mit so als Wurf sag modifizieren was haben wir denn hier überhaupt Flüssigmod Schraufel Schaufel Messerhack Wurf Axtmesser bla bla Gift Betäubung mach mal das hier rein ja geil ja geil ah ne den hab ich ja schon drin äh Flüssigfeuer ist gut ja ich hab hier einen Schraubenschlüssel könnte ich mit Flüssigfeuer machen ne lassen wir wo kann ich das BBQ rein machen in die Schaufel ist eigentlich ganz gut weil da hab ich noch nichts drauf das Fleischermesser na komm ich hab genug Geld so jetzt mal diesen schottischen Langdolch was nehmen wir da naja so da ist er oh Revolver ein Revolver den nimm auch mal mit so wo ist denn der Fuzzi hier zum einlagern nicht hier hat die grad Beach gesagt du Beach ja aber nicht Bitch sondern Beach Beach müssen mit dem reden oder werde das Wasser los ja Problem ist weil wir sind schon bei halber Stunde ok dann ich such da mal nicht dann machen wir das ganze schmerzlos Ciao 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 Auf Wiedersehen auf auf Bis zum nächsten Mal.